Das Poststadion ist ein Sportstadion mit Leichtathletikanlage in der Leerterstraße 59 im Berliner Ortsteil Norbiet. Seit dem 30. April 1990 als Baudenkmal ausgezeichnet und seither unter Denkmalschutz. Es grenzt an den Fritzschlosspark. Bauliche Anlage Das Stadion entstand für den Post SV Berlin im Auftrag der Reichspostverwaltung auf dem Gelände des ehemaligen Exerzierplatzes der Gardiolanen. Unweit des Leerterbahnhofs Die Anlage wurde nach den Plänen des Architekten Georg Demmler zwischen 1926 und 1929 geschaffen. Das große Wettkampfstadion mit Tribünengebäude für ursprünglich 35.000 Zuschauer war von zehn Tennisplätzen, einem Tennisstadion, vier Fußballplätzen, einer Schwimm- und Ruderhalle und einem Sommerbad umgeben. Die Einweihung der Hauptanlage fand am 28. und 29. Mai 1929 statt. Teile des Stadions wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört und bereits 1945 weitgehend wieder aufgebaut. So dass der Spielbetrieb im Sommer 1945 wieder aufgenommen und das Freibad am 19. August 1945 wieder eröffnet werden konnte. Das in moderner Bauweise wieder aufgebaute Hallenbad wurde 1984 geschlossen und danach zu einer Turnhalle umgebaut. Die Sportanlage wird heute vom Bezirksamt Mitte verwaltet und besteht im Wesentlichen aus einem Großfeld mit Naturrasen, fünf Großfeldern mit Kunstrasen, einem Kleinspielfeld mit Kunstrasen, zwei Leichtathletikanlagen, einer Sporthalle, einer Rudersielmultananlage und einer Rollschuhbahn. Im Jahr 2003 wurde begonnen, das Stadion mit der Hilfe von arbeitslosen Jugendlichen zu sanieren. Seit 2005 verfügt das Stadion über eine Kunststofflaufbahn. Im Juli 2007 wurde die erste Phase der Umbauarbeiten abgeschlossen. Inzwischen ist die Haupttribüne mit Überdachung denkmalgerecht saniert. An der Gegengeraden wurden 2200 neue Sitzschalen angebracht, so dass es heute eine Kapazität von etwa 10.000 Plätzen aufweist. Seit dem Sommer 2010 wurde auch die Rollschuhbahn saniert und ausgebaut. Die Anlage bekam ein Dach sowie eine Erneuerung einiger Sitz- und Stehflächen. Hintergrund war die intensivere und professionelle Nutzung durch das Inlineskater-Hockey. Eine Erneuerung der vorhandenen Bande ist bisher nur geplant. Herausragende Ereignisse Im Poststadion fanden besonders in den 1920er und 1930er Jahren viele Fußballspiele von überregionaler Bedeutung statt. 1934 trugen im Poststadion der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg vor 45.000 Zuschauern das deutsche Fußball-Endspiel aus und 1936 wurde der 1. FC Nürnberg deutscher Meister im Finale gegen Fortuna Düsseldorf. Das Poststadion löste damit das Grunewaldstadion ab, wo die Endspiele 1922, 1923, 1924 und 1927 ausgetragen worden waren. Nach dem Bau des Olympiastadions an der Stelle des Grunewaldstadions für die Olympischen Spiele 1936 verlor das Poststadion seine Rolle als Wichtigste Berliner Sportstätte Alle Endspiele von 1937 bis 1944 sowie sechs Finals in den 1950er und 1960er Jahren fanden im Olympiastadion statt. Einen Tag vor dem Finale 1943 im Olympiastadion wurde das Spiel um Platz 3 im Poststadion ausgetragen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trug drei Spiele im Poststadion aus. Bei den Olympischen Spielen 1936 fanden hier die Vorrundenspiele der Fußballer statt. Beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Norwegen am 7. August 1936 wurde mit 55.000 Besuchern ein Zuschauerrekord in dem nunmehr erweiterten Stadion aufgestellt. Die deutsche Mannschaft verlor dabei unter den Augen der gesamten Führung des Dritten Reichs mit 0 zu 2 und beraubte sich selbst aller Medaillenchancen. Dies war das letzte Länderspiel unter der Leitung des Reichstrainers Otto Nertz, dessen Nachfolger Sepp Herberger wurde. Als Hertha BSC in den 1980er Jahren in die drittklassige Oberliga abstieg, trug der Verein seine Spiele im Poststadion aus. Auch für einige Heimspiele der Zweitliga-Saison 1988-1989 wich Hertha BSC aufgrund des mangelnden Zuschauinteresses auf das Poststadion aus. Am 7. Juli 1935 wurde das Stadion zur Boxarena, als Max Schmelin gegen Paulino Utsjudon kämpfte. Derzeitige Nutzung Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden bis in die 1970er Jahre hauptsächlich Fußballspiele im Poststadion statt. Das unter anderem Tennis Borussia Berlin als Heimstätte sowie als Trainings- und Spielstätte für über 200 weitere Vereine sowie für den Schulsport diente. Die Schwimmhalle, 1984 eröffnet, wird von den Berliner Bäderbetrieben verwaltet. Auf dem Gelände des ehemaligen Freibades, das 2002 stillgelegt wurde, befand sich von Mai 2006 bis Anfang 2013 der Campingplatz Ten Station. Im Juni 2014 öffnete dort ein Wellness-Resort. Die acht Tennisplätze sind an einen Tennisverein verpachtet. Seit 1990 werden keine größeren Sportveranstaltungen mehr ausgetragen. Seit 1949 benutzt der ASV Berlin e.V. den Hauptplatz als Trainingsstätte. Die Leichtathletikabteilung stellt seitdem viele Berliner und Deutsche Meister und hatte in den 1960er Jahren ihre größten Erfolge. Seit 2009 finden der Helmut-Böhm-Lauf und seit 2010 der Rölger-Blume-Staffel-Cup statt. In der Saison 2007-2008 trug der Oberligist SV Yechil Jut Berlin seine Heimspiele im Hauptstadion aus. Inzwischen spielt die Mannschaft auf den Nebenplätzen. Ebenfalls meist auf den Nebenplätzen tragen unter anderem der BFC Tour ab den SC Union 06 Berlin. Minerva 93 Berlin und der ASV Berlin ihre Heimspiele aus. Der Regionalligist Berliner AK07 trägt seine Heimspiele im Hauptstadion aus. Im Jahr 2008 erwog Tennis Borussia Berlin kurzzeitig eine Rückkehr in das Poststadion zur Saison 2009-2010 sowie eine umfassende Sanierung des Stadions, das danach 16.000 Zuschauer fassen sollte. Die Pläne wurden bis heute nicht verwirklicht. Am 15. August 2010 trug der Berliner AK07 sein Heimspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FSV Mainz 05 im Poststadion aus, nachdem es in der Sommerpause entsprechend hergerichtet worden war. Am 18. August 2012 gelang den Berlinern in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Sensation. Der Regionalligist schickte die TSG 1899 Hoffenheim mit einem 4 zu 0 nach Hause und zog damit in die zweite Runde ein. In der der BAK allerdings mit 3 zu 0 gegen den TSV 1860 München verlor und somit ausschied. In Lineskater Hockey Die alte Rollschuhbahn auf der Sportanlage ist seit dem Jahr 2011 offizielle Spielfläche der Deutschen in Lineskater Hockey Liga. Punkt. Neben den Mo Buffalos Berlin, die in der 1. Bundesliga spielen, die Fläche als Ersatzspielstätte für ihre Heimspiele nutzen. Beherbergt das Poststadion die Spreewölfe Berlin, die seit dem Jahr 2011 in der Regionalliga Nord spielen.